Musik Was ist speziell hier? Alle freundliche Leute sind hier. Gute Stimmung, super Leute, Musik überall. Wir tanzen in der Rue, wir sind glatt, wir haben den Geräusch von Gemma, und wir sind so gut. Was haben die Gäse bis jetzt? Senegalesisch und Ganaisch. Einfach vegetarisches Curry mit Käse und Kichererbsen. Aus welchem Land? Indien, direkt hier hin. Geht ihr noch ein Konzert hören? Ja. Welches? Marie-Elle. Ich finde es noch cool, wegen der Stände und so. Sehen wir das nächste Jahr wieder Afro-Fingsten? Ja, wahrscheinlich. Was ist hier in der Schweiz, wenn man etwas anderes mit den Afro-Fingsten vergisst? Afro-Pingsten ist speziell. Man sieht, es ist speziell africain. Man hat eine gute Humor, aber man sieht alle Leute, die kommen. Man hat eine gute Schuhe. So, hier. Was habt ihr da Schönes? Schönste. Ich und meine Ware. Was machen denn indische Schuhe Afro-Fingsten? Das ist der Weltmarkt. Afro-Fingsten ist das beste. Wie läuft's? Ja, super. Wir sind sehr zufrieden. Wir haben schon Bauprodukte, die ausverkauft sind. Es macht wirklich Spass. Du hast den schon richtig akklimatisiert. Ja. Ich brauche es, wie mein DJ-Auftritt. Hast du ausser den Drinks schon etwas gekauft? Ja, nein. Ein bisschen Bier von Zürich und ein bisschen Jack and Orange. Oh, das hat einen Antizellulitentrink. Den nehme ich dafür. Oh, da kommt jetzt frisch gepressten Orangensaft rein. Juhu! Und wie läuft's für euch? Hey, wunderbar. Ich muss sagen, sie haben es mega geil gemacht. Wir sind wirklich toll supportet worden. Und ähm... Hut ab! Was macht ihr hier genau? Wir sind eine Gruppe, die Cembe spielt. Und an der Afro-Pfingsten machen wir drei Auftritte hier. Ist die Musik gut? Ja. Und die Tänze? Ja, die Tänze ist gut auch. Es gibt ein Gruppe von Senegalais, die mit einer Kompagnie kam, die eine sehr gute Ambiance macht. Es ist schön, das zu sehen. Das ändert sich. Bye.